So, wir spielen Davis Cup. André und ich gegen den Rest der Welt. Deni, Oma und Klaus. Gut. Drei oder Tee? Drei. Wenn wir hier draußen müssen, dann haben wir noch einen. So, der darf ich keinen. Ich muss da immer einen, oder? Ja, oder? Nee. Ja, der macht das Spiel. Okay, dann füllen wir. So. Dann kann man das machen. Nee? Danke. Danke, Herr Leuer. Stopp. Stopp. Oh, nein. Nein, nein. Oh, nein. Oh, nein. Ich bin so gut. Einst so. Einmal. Nein, das ist gut. Entschuldigung. Sehr gut. Sehr gut. 31. Ich bin gleich. Der ist so dasselbe. Der dritten ist halt. Da kommen wir da noch. Weg gehen. Weg sein? Ja, ja. Dann noch die Blitz. Ja, ja. Deine Bomber hatte ich recht. Hawai. Ach, geht's nicht so gut. Nee,fahr. 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 5 6 6 8 9 10 10 10 10 11 11 12 12 Das war's für heute. Drücken los. 1-0. 1-0. 1-0. 1-0. 1-0. 1-0. 1-0. Mensch, das ist schlecht. 1-0. 1-0. 1-0. 1-0. 1-0. 1-0. 1-0. 2-4. 1-0. 1-0. 1-0. 1-0. 2-5. 2-5. 1-0. 1-0. 1-0. 1-0. 1-0. 1-0. 1-0. www.sdk.de Das ist schwer. 4C 3 Fall 4C 4C 5C 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 1C 6C 4C 5C 8C 9C 1C 1C Gut. Sorry, statt der Punkt. Hier rüber gelaufen. Äh, okay. Oh nein! Boom! Ey! Hey! Boom! Dämmh. Dämmh! 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 How much? Come on, y'all. Dämmh! Perfüllung Ich bin ein Wettbewerb. Oh man! Ja, das ist zu wenig. Ja, das ist nicht so. Das ist nicht so. Das ist nicht so. Das ist gut. Das ist gut. Wolltest du gut? Ja, ja. Keine Ahnung. Das ist der Hüttelstück jetzt. Wir machen mal bei der Hüttelstück. Und das ist der Klaus. Hast du mal ein Training? Hast du den wenigstens? Ja, ja. Ach ja. Hast du den Satz gewonnen? Also zwei oder drei? Nee, aber fünf. Ich habe wenigstens das Bade, aber das große Teile, wenn du auch noch mal fangst. Auch mit Eier erkennen, dass bei mir mit der Zucht abgefahren ist, sondern die ganze Bade ist von mir da. Ja, das ist doch nicht. So ist das nicht. Ein Lieber. Ich habe ein Wort gemütlich. Das ist doch. 1-1. So, jetzt. Weichertorfer. Hast du jetzt einen Unteraufrauch? Oh, der ist aber fitter dann, ne? Das ist doch nicht so. 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 Ich habe keine Fettbewerse. Im ersten Sorts hast du drei Punkte enteinander, dann 11-0 und dann hast du ja vier oder fünf Punkte, oder Punkte auch noch. Das ist doch nicht in den Fettbewerbs. Ich habe ja einen Vokal gespielt. Da hat er Fettbewerbs neun vier, die mich im Kopf geführt. Und da hat er keinen Fettbewerbs. Und ich habe 18 Punkte in Folge. Oh nein, nein, nein. Den Fettenschatz kennst du denn, ne? Den Fettenschatz kennst du denn, ne? Von Orbach, ne? Also noch ein Spieler. Herr Klaus hat mal vergessen zu erwähnen, der nicht plötzlich ausgefallen ist. Da sagst du's nur an. Da sagst du's nur an. Da sagst du's nur an. Hm. Drei. So oben, ja klar. Dann sind wir noch ein. Mit oder ohne noch nicht? Äh, das ist ja hier, das ist klar. Ne? Ja. So, dann ist noch ein. Da hat er noch nicht. Oh, nein. Ne, direkt hoch. So. Jetzt. Ah, wei, go. Eins beide. Ne, ne? Ne. Eins verboten. Ne, ne, ne. Ne, ne, ne. Boah, leider. Ne. Ne, ne. Gut. N41. Gutes. 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 Also, geht auf. Gutes. 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 Ja! Verdammt! Verdammt! War aber ganz böse, die Gegner. Ja, da hat er doch keinen Wachstum. Das war nur schwer. 4-3. Ah, da ist auch der Haupt da drauf. 3-5. 1-5. Komm! Einmal flach und links! Ja, ja, ja. Einmal flach. Wäre ich die Sandbeiden. Oh, ja, ja. Gut! 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 Gut, alle! Sorry! Schau, ich schau, ich schau, ich schau. Schau, ich schau. 50. Ah! 50. Ach, 6. Sehr klar. Kanto. Unser Zuschnitt. In Zeit haben wir das Top 10. 8-7. 5. 7-9. 7-9. Ja, ja, ja. Du musst ganz unter den Ball rein. Du musst ja beide spielen. Warte mal, stimmt das? 8-9. Ja. Das ist passiert. Jetzt zeig mal, komm. 9 alle. Warte. Ah, also geht nicht. Ein bisschen mehr. Ein bisschen mehr. Das ist genau richtig. Ich spiel ja gar nicht. Ich spiel ja gar nicht, wenn ich da brauche. Ich sauber und tröber im Motor. Ja. So. Ja. 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 Ich. Ich. Ja. Ja. Ah. Das ist ganz da genau. Oh, je. Ja. 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 Danke für mich. Ja. 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 Es ist schon noch einfacher wie Einzwerp. Einschreiben. Ja. 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 Ah, das ist ein Blatt. 2-3. Das Millen geht so. Bei 3. Wir haben noch 3 einverhältnissen. 3 einverhältnissen. Oh, da musst du ganz flach drüber. Komm. Bleib mal. Lippe. Warte, wo stehst du denn? Hier, finde ich. Stoppe. Fünfmal. Beide Fünf. Hätte sie können ja auch das nachdenken. Wie geht der Fünf? Ach, nicht immer, das geht nicht immer, das geht nicht immer. Nein, nein, weg weg, machen wir viel dabei. Ja, wir sind weg. Nein, 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 nicht der Gedanke war richtig. Ich bin bei Dröhung und ein Rappen. Schöne den Rappen. Ach, sieh. Lass mich ausdrücken. Lass mich ausdrücken. Aus. Wie viel fällt. 1-2-1 Ich habe alle Angst in die Brotten Ich werde den Kling auf meine Kappe Was? Der Kling auf meine Kappe 1-2 Oh, die Mann 1-2-1 Kling auf die Klinge 1-2-1 1-2-1 2-2 1-2-1 1-2-1 1-2-1 1-2-1 1-2-1 1-2-1 1-2-1 Nein, ich muss da hin Ich bleib einfach weg 3-1 1-2-1 1-2-1 2-1-1 1-2-1 2-1-2 1-2-1 3-2-1 2-1-3-2 1-3-2... 1-2-1-3 2-1-2-1 Nimm weiter. Ja, wie der fällt. Komm. Durch die Strömung. Oh, also komm, wir können das Spiel. Fünf, vier. Ich wusste, wenn du dich schnell spielst. Ich wusste es. Hier rechts. Komm. Nein, doch. Ja. Oh. Der war gerade im Bauchspiel. Viel, viel. Ja. Komm, komm. Komm mal rein. Ja. Ja. 18. Oh, gut klar. Sehr klar. Dann hauen wir jetzt noch zwei gute Aufläge. Ja. Zieh mal. Ja. 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 Das war das. Ja, du bist da hinten und hast mal rein. Ja, das ist gut. Ja. Einfach. Das ist doch klar, vorne. Einfach. Das ist doch klar, wie sich hier mal gut geht. Ja. Entschuldigung. Also. Das ist ja kein Wärme, dann muss ich das nicht machen. Entschuldigung! Ja! Hast du weit gelandet? Die Feindkämpfer an? Nein! Komm! Geh nach hinten! Schön reinhaken! Die ganze Platte haben sie frei für dich! Oh! Stille! Halt! Halt! Oh! Du bist frei? Ja! Boah, schade! Boah! Halt! Halt! Hüfte ab! Gehst du hin? Ja! 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 Das war mir Ja! 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 Überfliegen. Brüder. Vorstehung. Wir wurden schon gut gelegt. Halt ab. Flach. Schrift nach oben. Neu mal. Oh! Da wäre ich immer hingekommen. Da wäre ich immer hingekommen. Kommt raus. Ein Mäuer. Kommt raus. Ja. Ich kann das nicht mehr so machen. Komm mal. Komm mal. Komm. Hervorragend, Thomas. Genau. So. Ah! So, jetzt. Die Hand. Oh! Oh! Ah! Die ganze Weltmedizin kommt ab. Nur Ehrengäste. Ja, was ist denn los hier? Also, wo ist denn das? Wir sind doch Grenze aufgemacht. Grenze aufgemacht. Ja, das soll ja wohl möglich machen. Ja, das soll ja wohl möglich machen. Ja, ja. Ja. So. Ah! Das war. Ich bin dran. Das ist jetzt den Resten da drauf. Oh! Das machen wir jetzt nicht. Wir können nur noch mal ein bisschen mitnehmen. Ja, ja. Das hört mir jetzt schon an. Doch, fliegen bitte. Ja, doch! Da ist immer nah. Ungerechnet. Das wäre super, langweilig. Ungerechnet. Ein Ball. Ach Otta! Wobei, wird dahinten nicht einfach schmaler. Komm rein. Schön gut aus. Schön gut aus. Heute ist der Langmann, der Partner. Geht hoch. Nein! Den haben wir gebraucht, den haben wir gebraucht. Das waren 100%er. Den müssen wir zumachen. Den müssen wir zumachen. 4-3. Was ist los? Wir beide. Komm! 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 4-5! Komm! 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 05! scalellore! Mann2.1. 건 4-1. Es muss alles kommen! ejemplo. Untertitelung des ZDF, 2020 Ich muss noch ein ganzes reinmachen. Kann ich mir jetzt mal wieder nachdenken. Das ist praktikatorisch. Wir müssen noch so weit verhindern. Das ist gut. Ich kann mir ja gar nicht sagen. Ich bin jetzt in der Höhepunktio noch nicht. Ich kann meine Höhepunktio mit der Höhepunktio hinlegen. Danke. Guck mal, dass ich noch mit dem Höhepunktio hinnehme. Guck einmal noch mit dem Höhepunktio? Guck mal, das ist ganz schön. Guck mal, ich muss noch mit dem Höhepunktio hinlegen. 2 gut 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 Es ist einfach so schlimm. So, wie ist das mit dem ich jetzt? Das ist wirklich so schlimm. So, wie ist es? Aber das ist wirklich so schlimm. Das ist wirklich so schlimm. Ja, das ist so schlimm. Na, ganz schön. Mann, noch mal. Vielen Dank. Mein Gott. 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 Mein Gott.